Was geht ab, Farid? Mein Name ist Ahmed aus Bremen. Vielleicht kennst du mich nicht. Ich habe eine Frage an dich. Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist der Dinger. Ich freue mich auf deine Antwort. Bis dann. Ciao. Ahmed kenn ich. Schönen Gruß an Ahmed. Der hat mir die Frage heute schon auf Facebook gepostet. Sehr guter Junge aus Bremen. Mein Lieblingsessen ist Lasagne. Wenn ich nächstes Mal in Bremen bin, dann lade ich dich ein, Ahmed. Dann gehen wir Lasange essen. Aber du musst mir zeigen, wo es gute Lasange gibt. Bruder!